Wauw! 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 Das bin ich! Das ist spannend, sag ich dir. Ich glaub... Du bist die erste Begegnung mit einem Alien haben, wett ich! Wauw! Wauw! Das ist geil! Wie viele Türen gab's jetzt? Es gab doch vorher schon ein paar Türen mit diesen Scheiß... Dinger dran! Boah, Alter, Alter! Da gerade kommt was, dachte ich grad. Das waren auch nur diese Seitenteile von den Türen. Meine Fresse! Meine Fresse! Das ist wie so eine Kralle im Auto, weißt du? Beim Amilat gibt's auch diese Krallen, ne? Genau. Also, ich... In so einem Raum, logischer... Wenn man logisch denken kann... Kann in so einem Raum Alien nicht drin sein, weil... Dann wär's eingesperrt. Boah, das kommt von oben. Ach, durch die Luftschicht, stimmt, ja. Oh, hier gibt's gar... Ja, ne, stimmt auch. Also schon, ja. Tuttler-Argument. Oh! Bindemitt... Kleber! Bindemittels... Oh, guck mal, was noch alles leuchtet. Wahnsinn! Oh, mein Gott! Welche Person? Hast. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hast? Also, wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Törner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Es ist immer ein bisschen problematisch mit diesen... Es gibt ja echt... In aktuellen Spielen ist es immer gängig, dass solche Autorelocks irgendwo hingelegt werden. Um es... Aber finde ich gut, um Side-Stories zu erzählen. Ja. Aber wenn es um die Main-Story geht, soll es nicht mit den Tonbändern geregelt werden, weil das bleibt nicht so hängen bei den Leuten, weißt? Ich merke es selbst, ich habe die anderen Tonbänder, habe ich nichts mehr gemacht. Genau, schon vergessen wieder alle, ne? Das ist echt ein bisschen blöd. Diese Terminals, wo man selbst lesen muss, bleiben vielleicht eher noch. Wo man selber einfach lesen muss, finde ich, glaube ich, bleibt ja eher im Kopf hängen. Das stimmt. Weil ich weiß auf jeden Fall jetzt noch, dass es da Probleme mit der Crew gab bei dem einen Typ da. Und dass der Code 0340 war. Der ist auf jeden Fall auch noch. Oh, oh! Hast du gesehen? Da ist ein Schacht. Ja, 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 ja. Jetzt geht das los, Johannes. Jetzt machst du schon, Zeiger Conn, mit dem Ducken da. Jetzt machst du schon, Zeiger Conn, mit dem Ducken da. Ja, aber ich glaube, es ist nur so ein Teaser gewesen, weißt? Okay. So ein leichtes Anteasern. Ich bin ja mal etwas vorsichtig. Find ich gut. Find ich gut. Ich bin ja immer selber vorsichtig, aber da ist ein Schacht. Geh mal kurz. Schau mal kurz auf die Karte. Da wird bestimmt angezeigt, wo noch so verschlossene Türen sind, oder? Diese Xer waren das doch. Okay, da ist auf jeden Fall nichts. Scrollen, größer, kleiner. Ich glaube, wer hat X mit X mit dem blauen. Was? Drück mal blauen. Nochmal. Ah. Da sind glaube ich so Türen, wo du noch hingehen kannst. Okay, aber ja. Ja, ist ja diese große Tür, wo wir hin müssen. Die Haupttür, da waren wir ja gar nicht. Okay. Das heißt, wo gehst du jetzt hin? Zurück eigentlich. Mhm. Da sind ja... Diese Treppe hoch. Ja, ja, ja. Hast du alle Türen durch, jetzt da, ne? Mit diesen Krallen. Gell, das ist dieses schwanken Element. Das ist dieses Tür. Das ist dieses Tür-Element, was sich voll abfuckt. Fresse, Alter. Und dahinten haben wir die auch schon, da hinten links? Nee, du. Dahinten haben wir auch schon, oder? Ah, das war diese kleine. Ah, Speichern. Das ist ein Speichern gewesen. Bisschen schneller, oder? Ja, ich trau mich nicht so schnell zu bewegen. Ach komm. Ich glaub, so akunt ist das noch nicht. Essens elendar ist wirklich. Wie geht's? Silvester, Silvester-Pugel. Ich muss jubeln. Das ist wirklich am Finger. Am Fingernack. Das wird jetzt so cool, oder? Ach, links ist die große Tür, oder? Links war... Nee, da hinten. Nee, nee, hier. Da. Gut, aber da geht's hauptmäßig weiter. Aber da hinten waren auch so kleinere Türen. Geht der jetzt noch nicht hinlang. Geht's noch nicht mehr links. Der ist da, wo ich war, weißt du? Da waren auch noch so ein paar verschlossene Türen. Oh, haben wir das auch... Haben wir das nicht schon gehört? Weiß nicht. Das ist auch blöd. Ich könnte das auch noch mal kriegen. Das ist was. Hier spricht Turner. Ich hab die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammter Scheiße. Ich hör überall Geräusche. Jedes Knarren und... Ach so. Hab's gehört, ne? Genau, da waren es auch so ein paar Türen. Stimmt. Da ist bestimmt einiges an Loot zu finden. Okay. Geräusche. Ah. Aber absolut. Oh, shit. Alles so in einem Rund kriegt's nur. Ah, ich find's schade, wenn wir keine Haut finden. Ich würde erstmal Haut finden wollen. Genau. Bäm. Was man nicht immer so irritiert ist von den ganzen verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten, wenn man so andere Spiele spielt und dann ist man immer andere Knöpfe drückt, wenn man was anderes erwartet. Du bist dann echt in die Ex-Personal-Reich geworden, ja. Ach so, jetzt von anderen Spielen halt. Mhm. Mh. 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 eigentlich bis jetzt weil wir so ein plan gefunden haben ist das ein plan von dem mädchen baust aufgepasst bestimmt jetzt auch ein platz facken oder so was für die fackeln für diese leuchtung das was die erste tue da war noch eine glaube ich da ist gleich hinter glaube ich da brauchst du den ionenschneider jetzt musst du ja nicht später merken wir zurückkommen im letzten drittel des spiels dann muss er noch mal zurück da wo man den plasma das ist aber auch wie bei wie ist es ein bisschen wie bei metro gemacht finde ich du siehst sachen wo du noch nicht hin kannst aber später kriegst du fähigkeiten dann wo du dann das machen kannst so jetzt gehen mal zu der haupttür ist es so ist man ja hammer haben wir nicht noch einen raum so noch weiter zurück geht es war noch nicht noch mehr solche erwartungen ich werde das auf der karte markiert xxx was sind denn diese exe das sind ja die räume da aber die die ist die exe sind darum für mich reinkommen main quest quasi genau genau das kommen hoch da ist noch nichts genau ein bisschen zurückkommt aber hin war nach links dann raus und links kannste rennen ich kann nicht traurte ich nicht sein ich rechte ich sagte jetzt lange dass er noch nicht gefunden haben noch nicht einmal gesehen haben passiert dir nichts die muke dann auch die treppe hoch das ist aber nicht zu rechts 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 da 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 links dann runter mit der treppe und dann links weiß ich jetzt bei dem die orientierung und so wie steht es bei dem mit der orientierung und so orientierung sind es geht es geht es könnte aber noch mal wenn man es hat was auch jetzt schon die stadt zu einer stadt was so wenn es rumläuft irgendwie so was dann stadt wenn jetzt in der fremden stadt rumläuft das so willst du wiederfinden so eigentlich schon eigentlich so bis jetzt nichts genau schon mit klein die europäische ballisten will keiner haben ich würde das einheit einheitlich halten wir haben auch chips ach da kommt man her oder kann es sein ja mach mal oder die ball gar keine tür offen jetzt nur ich gucke mal schnell wo wir sind durch den schach gekommen stimmt geil das ist jetzt mit geschoben okay ich hoffe natürlich was gutes drin dass sich der weg zurück gelohnt hat die geräusche echt gut dunkel es wäre die darin geht seit hier du sie läuft in ab der so muss die tür muss ein ach das war diese genau das richtig für her stimmt genau richtig wir haben kein schatten auch das blöd ja kritik an den entwicklern die um uns aus england kommen aus london glaube ich creative assemble oder so assembly heißen die die haben auch irgendein bekanntes spiel vorher gemacht aber das weiß ich jetzt gerade nicht du bist falsch glaube ich das war eigentlich oben das war unten oder hier vorne da hat die tür das doch da nee das ist ein ionen ding aber ja ja stimmt wenn die x ist auch mit ionen dingern dann das blöd gibt es keine legende oder irgendwas wo beschrieben wird wie was aussieht ja das ist aber jetzt die tür gewesen ja das war die weg war um sonst naja jetzt wissen wir es jetzt ist auch dumm kann man auch besser lösen sowas die alte die textur regt mich auf okay was äh hat diese textur zu tun da ist ugly fuckly ugly ja da weiß ich nix ich dachte aber dafür dafür dann wenn es elends erleistet mal auftaucht dann aber dann dann werden wir es verfluchen dann werden wir die zeit genießen wo wir es frei rumlaufen konnten das ist echt krass das ist echt nix ja das ist echt nix das nicht immer alles da ist noch was schau mal runter schau mal oder ne ist ein licht so licht du hast glaube ich einen melee gegen die hand ist schlecht oder ist gefährlich ich kann nichts anderes in die hand nehmen ne passt schon alles klar wir leben ja in keiner höchst aktuellen zeit auf was er hier betrifft gerade denn es ist ja vor kurzem angekündigt worden dass nie blumenkamp es hat das zeichnen regisseur von district 9 und elysium und chappie aktuell einen neuen alien teil einem offiziellen neuen alien teil produziert oder macht nicht produziert ja genau ganz geil vor allem weil er zu artworks veröffentlicht und die hat er halt mal gemacht irgendwann so ne ich glaube der wieso ja 40 mal so gemacht glaube ich und dann haben die alles studie ist gesehen hat gemacht ja macht ihn aber ich weiß nicht wie es entstanden ist ok ganz ruhig ok ok mein name ist ribley woher kommen sie ribley von einem schiff hier gibt es keine schiffe jetzt schon prima große klasse hier läuft's nämlich nicht so toll hier ist was explodiert alles hat gebet ich hab's gesehen meine liebe das ist das geringste unserer probleme ja ja hier ist etwas auf der station etwas das sie sich nicht vorstellen können was denn ein killer verstehen sie ok ok wie heißen sie exe ich bin hier mit zwei kollegen angekommen eva die explosion hat uns getrennt können sie mir helfen warum weil sie sich ja auskennen nein ich meine warum was ist für mich drin ein platz auf dem schiff woher weiß ich dass ich ihnen trauen kann ich muss zur kommzentrale ich muss mein schiff kontaktieren heute ist ihr glückstag na los süße siegson communications befindet sich im sys tecton das ist ein ganz schönes stück aber wir können durch den frachtbereich zu einem transit gelangen aber vorsichtig da lauern so einige gefahren ok der axel was mit dem los tja axel ist auch geiler name ich glaube den wird es erwischen wahrscheinlich dann ja ich habe zuerst gleich dass er jetzt schon stirbt eigentlich na los ich will nicht lange hier rumhängen na lass sie nicht schätzen von dem sind sie mir da hinten gefolgt ich musste abstand halten man kann hier nichts riskieren schau ihn mal an ich will ihn mal nochmal angucken wir schauen ihn mal an wo ist denn der warte da ist der lass den vorgehen lass den lass den lass ruhig den vorgehen genau hingehen nix steve launch kann reingehen oh aber es ist so dunkel krass was hat eine knarre immer noch die knarre ja in dem kleinen sie bei mir was so ein alien doppelmund macht sich gut im hinterglatz im glatzkopf ok ok wir wollen keinen ärger wer sind sie ich bin john das ist ringo das sind nur ein paar idioten wir haben für sowas keine zeit komm schon jana wir wollen zur kommunikationszentrale können sie uns helfen wir brauchen deren hilfe nicht verrat ihnen nichts der aufzug funktioniert wieder jana na los ok es tut mir leid viel glück seid vorsichtig da vorne ich hab da geräusche gehört doch war das jetzt klug oder was zur hölle sollte das denn warum waren sie so übel aggressiv alle haben scheiß angst und gehen sich darum eben aus dem weg ist sicherer ich konnte auch gar nicht reingehen also finde ich ja weil es dumm ja dass die alle die sich alle trennen so weißt du weil sie Angst haben das ist doch dumm das ist doch auch so in jedem horrorfilm bekannt dass wenn sich die leute trennen dann sterben sie was so eigentlich den film ähm von äh ich hab vergessen von joss readon ähm kevin in the woods gesehen nee den musst du sehen ist der gut ja der spielt ja bei diesen klischees ja ja also absichtlich halt ist echt gut eine coole wendungen auch hab schon oft gehört dass der gut sein soll ja aber ich hab den immer als trash nicht als trash aber als ding abgetan weil wrong turn war auch sowas irgendwie so ein bisschen in the woods irgendwie verbunden so Teeny Teeny Horror das fängt halt so an ist so ein bisschen es nimmt halt das geschehe auf aber es geht in eine ganz andere Richtung ok also wirklich sehr ist der joss readon halt ne und ok ist auch mal ein podcast zu machen das ist oder wo es geht ist das ist